So, also wir fangen an, da wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Wir haben beim letzten Mal schon über den Ablauf gesprochen, also wie man jetzt letzten Endes auch in die Vordimensionierung startet. Sie müssten, hoffe ich, meinen Bildschirm sehen können. Hatten uns da in drei Gruppen aufgeteilt und Sie müssen sicherlich erstmal einen Überblick gewinnen darüber, welche Verordnungen gibt es, wo finde ich denn solche Orientierungswerte. Gerade am Anfang ist das sicherlich ein bisschen, also wir ernähren uns von zwei Enden dem Thema. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend vielleicht für den einen oder die andere, weshalb wir nochmal so ein bisschen schlenker zurück machen. Hatten dann gesehen, es gibt eigentlich bei Neubauten, egal ob es jetzt ein Wohngebäude ist oder ein Bürogebäude, gibt es eigentlich, ja es gibt zwar so eine Mindestanforderung, das ist die nach der DIN 4108 Teil 2, das ist die Spalte 3. Die regelt den Mindestwärmeschutz, sodass es nicht zu Schäden kommt. Und das spielt im Neubaubereich, haben wir gesehen, keine Rolle. Also wir werden aus energetischen Gründen eigentlich immer viel bessere Bauteile bauen, als es nötig wäre, um Tauwasser, um Schimmelpilze zu vermeiden. Also diese Spalte 3 ist für uns im Großen und Ganzen eigentlich uninteressant. Spielt eher eine Rolle an Detailpunkten. Wenn wir über Wärmebrücken sprechen, dann müssen wir an der Stelle eben auch, an jeder Stelle des Hauses, an jedem Fensteranschluss und so weiter, diesen Mindestwärmeschutz auch einhalten. Da ist es interessant. Aber was die Bauteile angeht und die Vordimensionierung, das war ja das, was wir eigentlich jetzt als Ziel haben, möglichst früh im Projekt, gilt eigentlich so das Gebäudeenergiegesetz als unterste Anforderungsstufe an die Bauteile. Da haben wir gesehen, da gibt es so etwas wie einen U-Wert, U-Referenzwert, U-Ref steht da, bei Außenwind 0,28. Und wenn man mehr machen möchte, dann gibt es Förderprogramme des Bundes oder auch der KfW-Bank. Effizienzhäuser nennt sich das Ganze. Und da gibt es dann auch entsprechend Orientierungswerte, Richtwerte. Da wird dann dieser U-Wert besser. Also je niedriger dieser Wert ist, desto besser ist das Bauteil gedämmt. Und da kommen wir dann in die Region 0,2. Und wenn man es noch besser machen möchte, dann möchte man vielleicht ein Passivhaus bauen oder ein Plus-Energiehaus. Und dann muss das Bauteil noch besser wärmegedämmt sein. Und wir haben einen U-Wert, einen Richt-U-Wert von eigentlich größtenfalls 0,15. Das heißt, in dem Bereich spielt sich dieser ominöse U-Wert ab. Und wir müssen dann natürlich reden, wie komme ich denn zu diesem U-Wert überhaupt? Und wenn Sie kommentieren möchten, ich habe gesehen, dass da einer einen Strich dran gemacht hat, dann gerne, nur zu. Oder wenn Sie Fragen haben, auch sehr gerne. Ansonsten können Sie auch Ihren Kommentar selber wieder löschen. Gut, gucken wir mal weiter. Wir hatten dann darüber gesprochen, wie man vorher auf diese U-Werte kommt, dass es da verschiedene Widerstände gibt, die ich bei so einem Bauteil, bei einem homogenen Bauteil feststellen kann. So, weg ist es. Wir haben zum einen die Wärmeübergangswiderstände, die auf der Innen- und Außenseite, man kann sich das so als Luftschicht vorstellen, unmittelbar vor dem Bauteil. Wenn Sie sich da so ein bisschen eine Luftschicht vorstellen, dann ist das okay vom Vorstellungsbild her. Und da gibt es diese Wärmeübergangswiderstände. Wärmeübergangswiderstände. RSI und RSE. I für intern, E für extern. Wo kriege ich die her? Naja, die kriege ich aus dem Tabellenbuch. Ja, da gibt es entsprechend der Wärmestromrichtung, gibt es eigentlich für den inneren Wärmeübergangswiderstand drei verschiedene Werte. Und für den äußeren Übergangswiderstand nur einen Wert oder null. Ja, das hängt davon ab, in welche Richtung geht der Wärmestrom. Auch das finden Sie im Tabellenbuch eigentlich schön dargestellt in dieser Abbildung hier. Das heißt, wir haben eigentlich kein Problem, an diese Wärmeübergangswiderstände zu kommen. Gibt es aus dem Tabellenbuch, fertig, Haken dran. So, und das, was dann dazwischen ist, was mit R jetzt bezeichnet ist, das ist der Wärmedurchlasswiderstand oder verschiedene Wärmedurchlasswiderstände. Das kann eine Schicht sein, eine Baustoffschicht. In dem Beispiel ist das so. Und da berechnet sich dieser Wärmedurchlasswiderstand für eine homogene Schicht einfach Dicke der Schicht durch Wärmeleitfähigkeit der Schicht. Ist also jetzt auch nichts groß geheimnisvolles. Und wenn ich mehrere Baustoffschichten habe, wie jetzt hier in dem Beispiel, dann addiere ich diese Widerstände einfach auf. Dann addiere ich die Übergangswiderstände, RSI, RSE und die Wärmedurchlasswiderstände aller Schichten, die dazwischen sind, einfach zusammen und erhalte den sogenannten Wärmedurchgangswiderstand. Von der Begrifflichkeit Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangswiderstand auseinanderhalten. So, und wenn ich jetzt, welche Einheit hat dieser Wärmedurchgangswiderstand? Das ist noch wichtig zu wissen. Hat eine etwas sperrige Einheit, Quadratmeter Kelvin pro Watt heißt das Ding. Oder die Einheit, können dann auch mal entsprechend an die Stelle hier gehen. Also, der Wärmedurchlasswiderstand einer Baustoffschicht ist genau das gleiche von der Einheit her wie der Wärmedurchgangswiderstand, Quadratmeter Kelvin pro Watt. Die ist ein bisschen, also der Begriff Widerstand ist zwar relativ anschaulich von der Vorstellung, je größer der Widerstand ist, desto weniger Wärme geht da durch. Aber von der Einheit ist das eigentlich ein bisschen unhandlich. Deswegen bilden wir eigentlich, oder auch uneigentlich, aus diesem Wärmedurchgangswiderstand den sogenannten U-Wert. Und wie bilde ich den U-Wert? Naja, U-Wert ist nichts anderes als der Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstands. Ja, ich bilde einfach den Kehrwert. 1 durch RT. Was passiert mit der Einheit? Mit der Einheit passiert das Gleiche. Auch die dreht sich um und ich habe als Einheit Watt pro Quadratmeter Kelvin. So, auch das finden Sie entsprechend bei uns natürlich auch im Tabellenbuch. Wenn wir jetzt nicht hingehen, ist jetzt nicht so furchtbar interessant. Die Einheit ist für uns aber viel interessanter oder der U-Wert ist viel praktikabler zur Berechnung. Warum? Naja, was kann ich alles mit dem U-Wert anstellen? Ich kann zum Beispiel direkt berechnen, wenn ich weiß, das heißt, ich habe eine Außenwand einer bestimmten Größe, ja, also Länge, Höhe einer Außenwand, dann weiß ich, okay, der U-Wert, das ist quasi ein Quadratmeter, gibt mir also an Watt pro Quadratmeter Kelvin den Wärmestrom pro Quadratmeter und Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. Das ist also relativ einfach mit zu rechnen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Gesamtfläche meines Bauteils, ja, die Flächelänge mal Höhe, das ist die Ansichtsfläche einer Außenwand zum Beispiel, kann ich die Fläche ja relativ simpel berechnen. und wenn ich jetzt wüsste, ich habe eine Innentemperatur von vielleicht plus 20 Grad Celsius und eine Außentemperatur von minus 5 Grad Celsius, dann kann ich relativ einfach, wenn ich jetzt mal annehme, ich habe einen U-Wert und wir haben ja gesagt, Referenz-U-Wert für eine Außenwand zum Beispiel waren die 0,28 Watt pro Quadratmeter Kelvin Wir haben eine Fläche in der Einheit Quadratmeter Wir haben eine Temperaturdifferenz Delta T Temperaturdifferenz T innen minus T außen von 20 minus minus 5 Also 25 Kelvin Temperaturdifferenzen schreiben wir immer in Kelvin Der Schritt 1 Grad Celsius ist ja der gleiche wie 1 Kelvin Dann kann ich jetzt relativ schnell einfach berechnen die Wärmemenge Q die durch diese Außenwand abfließt Indem ich einfach rechne U multipliziert mit der Fläche multipliziert mit der Temperaturdifferenz jetzt gucken wir mal was da rauskommt 0,28 mal Nehmen wir mal 10 Quadratmeter einfach an als Beispiel damit wir sehen wie verhält sich die Formel also mal 10 Quadratmeter muss ich die Einheit noch ergänzen mal 10 Quadratmeter mal 25 Kelvin 0,28 mal 10 mal 25 komme ich auf 70 so 70 was bleibt denn übrig gucken wir uns das einfach mal an also die Quadratmeter fallen weg das Kelvin fällt weg das heißt übrig bleibt die Einheit Watt das heißt die jetzt nochmal zurückgehen die Einheit stimmt noch nicht ganz wenn wir uns jetzt mal das Tabellenbuch an der passenden Stelle dazu angucken ja wir haben die Wärmestromdichte oder wir haben hier den die Wärmemenge Q Groß Q das finden Sie in der Formel 2, 1, 7 Minus 1 da steht die Wärmemenge Groß Q drin dann hat das hat die Wärmemenge die Einheit Wattsekunde eigentlich das heißt in der Formel die ich jetzt da hingeschrieben habe das ist noch nicht die Wärmemenge Q sondern das ist was anderes das ist der Wärmestrom ja Wärmestrom oder Leistung das heißt in meiner Formel fehlt jetzt hier noch was ich schreibe es mal hin und zwar fehlt die Zeit ja das würde noch fehlen dann hätte ich eine Wärmemenge berechnet das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde ein Tag ja ich möchte wissen welche Wärmemenge fließt aus meinem Raum ab über diese Außenwand an einem Tag wenn ich innen auf 20 Grad heize außen habe ich minus 5 Grad und die Außenwand hat und die Außenwand hat einen U-Wert von 0,28 dann würden abfließen 70 Watttage das ist aber nicht das was auf ihrer Heizkostenabrechnung oder Stromrechnung steht sondern da steht was anderes drauf da stehen Kilowattstunden drauf ja das heißt wir müssen jetzt mal umrechnen kleine Nebenrechnung Nebenbetrachtung wir müssen quasi von Tag umrechnen in Stunde ja wie mache ich das ein Tag naja ein Tag sind 24 Stunden aber jetzt bitte nicht den Fehler machen das da mit 24 zu multiplizieren ja ich will ja dass die Einheit wegfällt ich will ja dass diese Einheit wegfällt also die Frage ist mit was muss ich diese 70 multiplizieren damit da die richtige Einheit rauskommt ja und das muss ich dann Quatsch Entschuldigung so 24 Stunden durch ein Tag ja also schon mal 24 dann müsste fällt der Tag sozusagen weg und es bleibt Wattstunden übrig also 70 mal 24 1680 Wattstunden haben wir jetzt sind wir fast am Ziel unsere gewünschte Einheit wäre die Kilowattstunde ja gucken sie da im Kapitel Arbeit, Energie, Leistung nochmal nach im Teil A vom Skript da ist das nochmal erklärt das ist unsere Einheit die wir brauchen naja wie kriege ich jetzt diese Vorsilbe Kilo davor indem ich durch 1000 dividiere ja das heißt das ist nichts anderes als 1,68 Kilowattstunden das wäre eine Größe für eine Wärmemenge Q mit der ich was anfangen kann so jetzt weiß ich was kostet die Kilowattstunde Strom die kostet ungefähr 30 Cent das heißt ich weiß ungefähr wenn das jetzt so wäre 1680 also 1,68 mal 0,3 das heißt 50 Cent am Tag gehen durch diese Außenwand schwupp weg das heißt ich kann mit dem U-Wert schon relativ viel anfangen ohne großen Formelaufwand ja U mal A mal Delta T mal Zeit das ist die Wärmemenge Groß Q und unser Ziel ist ja die energetische Optimierung eines ganzen Hauses naja das Haus hat Außenwände das hat Fenster das hat ein Dach eine Bodenplatte Bauteile deren U-Wert ich berechnen kann oder bald berechnen kann das heißt mit dem U-Wert alleine kann ich schon sehr viel anfangen deswegen ist der U-Wert das ist der Wärmedurchgangskoeffizient das ist der Wärmedurchgangskoeffizient der U-Wert ist für uns die maßgebliche Größe so wo ist das Problem an dieser Formel wir könnten ja jetzt eigentlich schon aufhören wir können sagen naja gut wir rechnen die Flächen der Bauteile wir haben die U-Werte der Bauteile was ist mit der Zeit und der Temperaturdifferenz wenn ich wissen will wie groß ist der Energieverbrauch in einem Jahr das wäre ja vielleicht mal eine interessante Größe das Problem ist einfach dass ich naja welche Temperatur nehme ich denn dann an auf der Außenseite die schwankt ja im Jahresgang und die Zeit und die Temperatur die gehören ja irgendwie zusammen ich muss ja gewährleisten nur dafür gilt ja die Formel dass während der Betrachtungszeit jetzt hier in dem Beispiel ein Tag dass innerhalb dieser Zeit die Temperaturdifferenz sich nicht verändert nur dafür gilt ja diese Formel also die Zeit und die Temperaturdifferenz die gehören wenn man so will zusammen ja und das ist dann das das Thema das müssen wir irgendwie lösen wir können jetzt stündlich rechnen ja 8760 Stunden hat das Jahr wir können also 8760 mal Temperaturdifferenz innen und außen bestimmen mal eine Stunde rechnen U-Wert wird sich nicht verändern die Fläche des Bauteils wird sich nicht verändern also die variablen Anteile an dieser Formel das ist die Temperaturdifferenz und die Zeit da müssen wir eine Lösung finden ja ich habe keine Lust und Sie haben auch keine Lust von Hand 8760 mal die Formel dazu rechnen also die müssen wir irgendwie wenn wir von Hand rechnen wollen so grob wie möglich so genau wie möglich dann wählen dass es auf der sicheren Seite liegt und das ist als Vorgriff wir werden das monatsweise bilanzieren deswegen heißt das Ding auch Monatsbilanzverfahren weil wir jeden Monat bilanzieren und dann haben wir eine mittlere Außenlufttemperatur und eine Innentemperatur die gleich bleibt wir wissen wie lang ein Monat ist in Tagen wir können es umrechnen von Tag in Stunde und so weiter also das werden wir machen mehr ist es nicht wenn Sie jetzt mal ich sehe es Moment wenn Sie jetzt mal in Kapitel E gucken würden nach vorne blättern würden dann sehen Sie genau diese Formel wieder ja ich mache das mal gerade ich komme gleich auf Ihre Frage zurück also wir werden ganz zum Schluss dann wieder die Energiebilanz rechnen so und dann sehen Sie diese Formel da ja Sie sehen hier die konstanten Anteile U mal A und wir haben das sehen wir auf der nächsten Folie wenn wir den Energieverlust rechnen kommen hier die variablen Anteile dazu die Zeit also die Anzahl der Tage D des Monats und die Temperaturdifferenz Delta T mal diesen Wert HT das ist die konstante der konstante Anteil HT hier vorne HT ist U mal A ja das ist die gleiche Formel die wir jetzt schon hatten mehr kommt nicht da kommt noch ein FX dazu da müssen wir ein bisschen was korrigieren und so weiter aber da steckt die Formel schon drin so jetzt gab es eine Herr Morbe Sie hatten eine Frage oder haben eine genau ich bin gerade überlegen gibt es nicht noch Jahresheizzahlen beziehungsweise Heizstunden oder ist das eher dann für die Auslegung von den anlagentechnischen Sachen ich kann mich nicht mehr genau drüber erinnern aber gut dass Sie sich erinnern können es gab mal ein sogenanntes Heizperioden Bilanzverfahren also man hat früher noch grober rechnen dürfen für eine gesamte Heizperiode also den gesamten Winter hat man quasi zusammengefasst und da gab es eine Grattagszahl mit der man quasi das alles zusammenfassen konnte das war das vereinfachte Verfahren früher das hat man irgendwann dann abgeschafft im öffentlich-rechtlichen Nachweis und hat das dann ersetzt durch dieses Monats Bilanzverfahren also das Verfahren gibt es natürlich noch ich darf es nur nicht mehr verwenden für den öffentlichen Nachweis für die anlagentechnische Auslegung also wenn es jetzt darum geht wie stark muss die Heizung sein wie groß muss der Heizkörper sein da pickt man sich eher einen extremen Tag raus dass man sagt okay wie kalt kann es denn außen mal werden ja minus 5 Grad ist ja da noch nichts sondern wenn was passiert denn wenn ich jetzt außen nicht minus 5 Grad sondern vielleicht minus 15 Grad einsetze in der Formel ja können wir mal durchdenken dann ändert sich die Temperaturdifferenz auf 35 Kelvin ja wenn ich außen minus 15 Grad einsetze innen habe ich noch 20 Grad ich mache es mal in grau ja dann hätten wir hier vielleicht 35 Kelvin der Rest würde gleich bleiben und wenn ich jetzt das mal zusammenrechne hier das hier ja und multipliziere das mal durch 0,28 mal 10 mal 35 komme ich auf 98 und da haben wir eben gesehen 98 ja das ist bis hierhin ist es noch keine Wärmemenge sondern das wäre der Wärmestrom ja 98 Watt das wäre eine Leistung ja das ist die Einheit der Leistung ja das ist die Einheit der Leistung also Wärmestrom ist genau das gleiche wie eine Leistung das heißt wenn mein 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 Zimmer nur diese Außenwand hätte dann müsste meine Heizung mein Heizkörper in diesem Zimmer eine Heizleistung erbringen von 98 von 98 Watt 100 Watt das heißt wenn sie in das Zimmer eine Glühlampe hängen würden so alter Generation wo 100 Watt draufsteht dann wäre diese Glühlampe in der Lage ihr gesamtes Zimmer zu beheizen wenn es draußen minus 15 Grad kalt ist das heißt wenn ich eine Heizlastberechnung mache mache ich auch nichts anderes also sie können mit der Formel hier ganz viel machen sie können als TGA Planer die Heizkörper auslegen wenn sie wissen wie groß muss jeder Heizkörper in jedem Zimmer des Hauses sein und das addieren dann wissen sie wie viel Heizleistung muss die gesamte Heizung haben das ist also auch nichts komplizierteres das heißt bei der Heizlastberechnung konzentriere ich mich auf die Leistung und nicht auf die Wärmemenge wenn ich energetische Betrachtungen mache Energieeffizienzberechnungen Wirtschaftlichkeitsberechnungen dann muss ich eine Wärmemenge oder Energiemenge berechnen dann muss die Zeit da noch mit rein ja und das können wir alles mit der Formel schon erledigen okay bis hierhin eigentlich alles wenn man so will nicht jetzt großartig was Neues vielleicht nochmal neuer Gesichtspunkt für sie insofern so kann man vielleicht sich den U-Wert besser vorstellen als energetische Kenngröße das heißt wenn ich jetzt den U-Wert halbiere ungefähr von 0,28 auf 0,15 dann wird auch die halbe Energiemenge da durchgehen das heißt da fließen dann nicht 50 Cent durch am Tag in unserem Beispiel sondern nur noch 25 Cent und an die Bauwirtschaftsingenieure jetzt gerichtet unter ihnen naja das schreit doch schon nach Wirtschaftlichkeitsberechnung ich muss mehr dämmen ja ich muss sicherlich mehr dämmen wir sind gleich bei der Vordimensionierung der Dämmstärken wenn ich mehr dämme muss ich mehr Material auf die Wand kleben wenn es jetzt ein Wärmedämmverbundsystem ist das kostet Geld muss ich mehr investieren ich kriege aber ich habe einen Benefit das in dem Beispiel jetzt dass ich 25 Cent pro Tag sparen kann Frage ist also nach wie vielen Tagen amortisiert sich das Ding rechnet sich das oder rechnet sich das nicht also Wirtschaftlichkeitsberechnung kann ich auch schon anfangen anzudenken ganz grob sicherlich man kann immer genauer rechnen so das sind alles so Sachen die ich schon alleine mit dem U-Wert anstellen kann die ich damit veranstalten kann das heißt wir müssen jetzt verschiedene U-Werte berechnen können sicherlich da kommen wir jetzt zu und wir müssen sie müssen im Projekt später wenn sie Bauphysiker sind Berater sind Planerin sind die Infos geben an den Architekten an den Bauherren wie muss denn das Bauteil aussehen das heißt wir sind jetzt relativ schnell schon dabei bei dieser Vordimensionierungsgeschichte von Dämmstärken da gibt es auch wieder einen Link zu GeoGebra da können sie sich eine Formel oder ein Diagramm dazu angucken wir können es aber auch gerade mal von Hand her leiten das ist jetzt auch kein großer Aufwand so wenn ich als Zielgröße habe ich möchte bei einem homogenen Bauteil einen bestimmten U-Wert erreichen zum Beispiel 0,28 dann weiß ich okay der U-Wert ist der Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstands RT das weiß ich so und bei einer Außenwand und bei einer Außenwand weiß ich dass wie setzt sich jetzt dieser Durchgangswiderstand RT zusammen naja der setzt sich zusammen aus den Übergangswiderständen RSI plus auf der Außenseite RSE ja habe ich Innen und Außen habe ich schon mal zusammen und jetzt kommt eine Summe hatten wir oben schon der einzelnen Durchlasswiderstände RI so soweit nichts Neues so und was kann jetzt passieren wie kann eine Außenwand jetzt aussehen eine Außenwand kann verschiedene Bauweisen haben wir müssen uns also jetzt auch gleich mit den Konstruktionsweisen einer Außenwand beschäftigen ganz vereinfacht gesagt kann es sein dass unsere Außenwand nichts anderes ist als eine gemauerte Außenwand zum Beispiel mit einem dünnen Außenputz und einem Innenputz kann passieren es kann sein dass meine Außenwand eine separate Wärmedämmschicht hat mit einem entsprechenden Putz wenn ich jetzt nur mal gemauerte Wände aufzähle es kann sein dass meine Außenwand aus einer innen tragenden Schale besteht einer Wärmedämmung und auf der Außenseite vielleicht auch nochmal eine Mauerwerks Schicht eine Klinkerschicht eine Vorsatzschale die kann auch verputzt sein wenn ich will also die Außenwand kann jetzt unterschiedlich aussehen und unsere Vordimensionierung hängt jetzt davon ab welche Bauweise ist denn geplant und das ist eine Frage das ist eine Frage über die entscheiden nicht sie alleine als Bauphysikerin oder Bauphysiker sondern diese Frage entscheidet maßgeblich mit der planende Architekt die planende Architektin das heißt in der Regel gibt es schon Vorgaben aus dem Gebäudeentwurf oder aus einem Gespräch dass der Bauherr zum Beispiel sagt naja ich hätte gerne von außen Sichtmauerwerk ja dann müssten wir jetzt hier den äußeren Putz nochmal wegnehmen ja dann wäre das diese Bauweise dann hätte ich von der Außenseite Klinkermauerwerk ein Mauerwerk ein Sichtmauerwerk von außen dann wäre das diese Bauweise wenn der Bauherr sagt naja mir ist es egal von innen und außen soll es verputzt sein es soll halt massiv aussehen dann kommen diese beiden Bauweisen in Frage weil die verputzt sind es gibt natürlich noch mehr Bauweisen ja ich kann mit Holz bauen ich kann auch diese Vorsatzschale aus Holz davor setzen also da werden wir einige Bauweisen dann noch untersuchen in Abhängigkeit der Bauweise kann ich jetzt unterschiedliche Vordimensionierungsschritte unternehmen jetzt bleiben sie mal bei der Seite und ich gehe mal woanders hin ich gehe mal in den in das Kapitel Konstruktion und wir erinnern uns noch daran dass eine Außenwand verschiedene Funktionen erfüllen muss ja wenn wir oben links mal anfangen es muss natürlich gegen Schlagregen dicht sein es darf nicht rein regnen es muss von außen winddicht sein es oben rechts es muss aber auch wärmedämmend sein ja das ist jetzt hier nicht explizit dargestellt es muss ein bestimmter Dampfhaushalt von innen sein es muss ein Dampfhaushalt nach außen also ein abtrocknen nach außen möglich sein und wir beschäftigen uns jetzt gerade erstmal nur mit der Frage des Wärmeschutzes also gehe ich mal an die Stelle hin so und wie kann ich jetzt den Wärmeschutz bei einer Außenwand realisieren gleich geht's los wo ist es so das heißt wenn wir uns jetzt Außenwände angucken wir haben sicherlich keine Metall Sandwich Fassade das ist eine Sonderkonstruktion wir sprechen jetzt erstmal von anderen Bauweisen das sind Flachdächer hier ist die Außenwand so das heißt wenn ich jetzt oben bin und sage ich habe keine separate Wärmedämmschicht sondern ich habe dieses einfache Mauerwerk Innenputz Innenputz Außenputz das ist möglich dann spielt sich der gesamte Wärmeschutz innerhalb dieses Mauerwerks ab es hängt also vom Stein ab ob der Wärmeschutz erfüllt wird oder nicht anders sieht es aus wenn ich eine explizite Dämmschicht habe wie jetzt unten dargestellt dann wird ein Großteil der Wärmedämmenden Eigenschaft sicherlich im Bereich der Dämmschicht stattfinden und das ist dann auch egal ob sie da noch irgendwas davor hängen haben wie hier zum Beispiel eine Holzkonstruktion auf der Außenseite oder ob sie nochmal eine separate Mauerwerks Schicht auf der Außenseite haben die Wärmedämmung in dem Fall wird hauptsächlich erreicht durch die Wärmedämmschicht natürlich dämmt das tragende Mauerwerk auch noch ein bisschen mit aber das ist im Verhältnis zur Wärmedämmung vernachlässigbar wovon hängt das ab von der Wärmeleitfähigkeit und die ist bei einem Mauerwerk sehr viel höher als bei einer Wärmedämmung kann das auch hinterlüftet machen dann ist das das gleiche das heißt wenn ich jetzt wieder zurück gehe zu unseren Bauteilen hier muss ich eigentlich bei der Vordimensionierung zwei verschiedene Fälle unterscheiden entweder ich habe ein tragendes und wärmedämmendes Mauerwerk in einem oder ich habe wo auch immer eine explizite Wärmedämmschicht dann geht es eigentlich nur um die wenn ich eine Wärmedämmung habe dann muss ich wissen wie dick ist denn diese Wärmedämmung als Vordimensionierung wir berechnen jetzt noch nicht den U-Wert sondern wir dimensionieren das Bauteil vor so wie erreiche ich das jetzt wenn ich den Fall 1 habe ich habe ein Mauerwerk ein tragendes Mauerwerk das gleichzeitig die Wärmedämmung sein soll dann hängt das natürlich absolut vom Hersteller ab das ist eine Sache da müssen sie gar nichts mehr berechnen sondern sie gucken dann einfach zum Beispiel das wäre dann die Vordimensionierungsmittels Herstellerangaben das heißt sie gucken im Prospekt jetzt hier zum Beispiel von Porenbeton das sind diese weißen Steine die sie mit dem Fuchsschwanz sägen können gucken einfach im Produkt Datenblatt nach und sehen dann hier naja wir brauchen jetzt zum Beispiel sagen wir mal für unser Gebäude Energie Gesetz einen U-Wert von 0,28 oder etwas besser 0,26 0,25 passt eigentlich auch das heißt ich könnte einen Stein nehmen mit einer Steinbreite von 30 Zentimetern hier oben steht dann die entsprechende Wärmeleitfähigkeit da steht dann die Wärmeleitfähigkeit es gibt also verschiedene Wärmeleitfähigkeiten verschiedene Steine die haben eine unterschiedliche Tragfähigkeit da muss der Statiker auch noch was zu sagen aber jetzt gucken wir ja nur auf die Bauphysik das heißt die Vordimensionierung für einen Porenbetonstein sieht so aus dass sie sagen in ihren Bericht Bildschirmfoto von dem Ding hier aus dem Prospekt raus und sagen für eine Außenwand die den Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes genügt ist mein Stein 30 Zentimeter breit und hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,09 oder 0,08 dann steht da noch der Innenputz und der Außenputz mit der entsprechenden Wärmeleitfähigkeit sogar noch als Bonbon dazu und fertig da gibt es also nichts weiter für sie zu tun als abzulesen wenn man sagt okay die Variante sieht aus dass ich ein KfW Effizienzhaus bauen möchte mit einem U-Wert von 0,2 als Orientierungswert dann ist das steht ja hier schon Empfehlungen für Energieeffizienzhäuser dann steht das da schon 0,21 0,20 0,18 das heißt sie sehen aber auch gleichzeitig ihre Außenwand ist mindestens 0,365 also 36,5 Zentimeter dick oder sogar 40 Zentimeter das heißt man kann das so bauen ja aus Wärmeschutz Sicht die Frage ist jetzt aber noch und das wäre dann dieser Abstimmungsprozess ob das auch es ist ein sehr leichter Stein ein sehr weicher Stein ob der tragfähig genug ist das ist dann die Frage die sie dann beantworten wenn sie Mauerwerksbau haben ob man so einen Stein nehmen kann ob der stand sicher ist in ein Familienhaus wird das gehen an den meisten Stellen aber im Mehrfamilienhaus Bereich vielleicht nicht wenn die Lasten zu groß werden das heißt wenn ich jetzt die Variante gehe ich über den Hersteller gucke im Prospekt nach muss ich nichts rechnen fertig so was mache ich wenn ich jetzt den Fall 2 habe ich habe also eine Dämmschicht gucken wir uns die Formel nochmal an wir haben also den U Wert ist der Kehrwert RSI plus RSE plus Dicke 1 Lambda 1 plus Dicke 2 Lambda 2 und irgendwann kommt die Dämmschicht Dicke der Dämmschicht durch Wärme Leitfähigkeit der Dämmschicht und so weiter das heißt in dieser gesamten Formel weiß ich das was den wärmedämmenden Effekt meiner Außenwand maßgeblich beeinflusst ist die Dämmschicht das ist das Interessante an meinem Bauteil alles andere an Schichten Innenputz Tragendes Mauerwerk Außen Mauerwerk Außenputz ist im Vergleich zur Wärmedämmschicht eigentlich vernachlässigbar gering das heißt ich kenne entweder den Übergangswiderstand Innen Außen oder ich sage näherungsweise alles andere interessiert mich nicht und dann kann ich für eine Vordimensionierung das Ganze vereinfachen 0,13 ist der Übergangswiderstand Innen 0,04 ist der Übergangswiderstand auf der Außenseite gesucht ist meine Dämmschicht Dicke und jetzt hatten wir bei Wärmedämmstoffen ich gehe nochmal zurück Bei Wärmedämmstoffen gibt es jetzt verschiedene Wärmeleitfähigkeiten im Tabellenbuch oder im Abschnitt A hatten wir uns das mal angeguckt da hatte ich gesagt naja so als Orientierungswert eine Wärmeleitfähigkeit für einen Dämmstoff von 0,035 ist sicherlich ein Wert den man mit verschiedenen Materialien erreicht also könnte ich doch für die Wärmeleitfähigkeit 0,035 schon mal einsetzen und dann hätte ich in dieser gesamten Formel die Sie hier sehen nur eine unbekannte und das ist die Dicke der Dämmschicht nämlich die wie ich wissen muss wie dick muss die Dämmung sein damit der U-Wert passt so jetzt gucken wir mal ob das klappt das heißt mein U-Wert ist nichts anderes als wie gesagt 0,13 plus 0,04 plus meine unbekannte x durch 0,035 es gibt theoretisch so eine Funktion die im Idealfall sogar diese Formel erkennt und als Graph zeichnen kann so sieht das aus das heißt das ist meine Funktion dazu Formel mit einer unbekannten die unbekannte x ist die Dicke der Dämmschicht Dicke der Wärmedämmschicht und hier was steht hier hier steht der U-Wert auf der y-Achse steht der U-Wert das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel Gebäude Energie Gesetz einhalten will 0,28 mal gerade gucken ich schätze mal ungefähr hier vielleicht ich gehe mal ein bisschen niedriger U-Wert 0,28 komme ich also auf eine Dämmschicht von 2,4,6,12 0,12 Meter das heißt mit 12 cm Wärmedämmung in meiner Außenwand erreiche ich einen U-Wert von 0,28 so will ich etwas besser sein U-Wert 0,2 ja brauche ich vielleicht 0,19 ungerade Dämmstoffdicken gibt es aber nicht die werden sie auf dem Bau nur ganz selten und ganz teuer finden das heißt da würde man dann eher sagen 0,2 Meter oder 20 Zentimeter Dämmung und wenn ich jetzt sogar 0,15 als U-Wert haben möchte mal gucken da sind wir da ungefähr dann haben wir eine Dämmstärke von ungefähr 22 24 Zentimeter das ist sicherlich muss man sagen ja alles so ein bisschen das ist eine Vordimensionierung ja also alles nicht allzu genau nehmen aber es liegt auf der sicheren Seite ich vernachlässige ja alle Wärmedurchlass Widerstände der übrigen Schichten und so kann ich jetzt relativ schnell hingehen und es ist völlig egal ob es da um eine Außenwand geht oder vielleicht sogar um Flachdach nach oben da ändert sich der Übergangswiderstand auf der Innenseite ein bisschen ja aber der wird jetzt nicht maßgeblich was verändern daran das heißt ich kann mit so einer Grafik eigentlich ja ich kann es grafisch lösen ich kann sofort in die Abbildung gehen und kann sagen okay für das Gebäude Energiegesetz reichen mit 12 Zentimeter Dämmung als absolute Untergrenze wenn du ein Effizienzhaus bauen willst dann musst du schon naja Richtung 20 Zentimeter Dämmung gehen vielleicht reichen aber auch 18 da müssen wir aber genauer rechnen vielleicht reichen ja auch 18 Zentimeter wenn du ein Passivhaus bauen willst dann müssen wir nicht anfangen drüber nachzudenken unter 22 eher 24 Zentimeter Dämmung das heißt ich kann sehr schnell mit so einer Grafik schon Angaben liefern eine Vordimensionierung durchführen für den Fall dass ich in meinem Bauteil irgendwo eine Wärmedämmung habe so gibt es ihrerseits dazu erstmal Fragen und zwar jetzt erstmal dem Grunde nach alles soweit verstanden ja ist jetzt nicht so also wir reden über homogene Bauteile wir reden noch nicht über Holzdächer dazu kommen wir noch Fenster müssen wir uns anders angucken aber für eine Außenwand zum Beispiel auch für Bodenplatten ist das die Berechnung komplizierter wird es nicht gut was dann zu tun ist wie gesagt hier auf der Seite sehen sie so ein bisschen verschiedene Materialien hier oben Porenbeton darunter ist dann Ziegel als Mauerwerks Material auch da gibt es entsprechende Tabellen sie können mit einem separaten Wärmedämmputz arbeiten das ist hier die untere Darstellung also sie finden zu jedem Material wenn sie später im Projekt sagen sie würden gerne mit einem BIMS Mauerwerk arbeiten weil das ein regionaler Baustoff ist dann gibt es auch dazu diese entsprechenden Tabellen wenn sie sagen ich will unbedingt mit Kalksandstein bauen auch dafür gibt es diese Tabellen und sie werden sehen es gibt nicht zu jedem Material Steine die ohne Wärmedämmung schon den entsprechenden U-Wert erfüllen werden also bei Kalksandstein nicht fündig werden das heißt Kalksandstein funktioniert nur in dieser Variante zwei mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht als Beispiel von Ziegel und Porenbeton von Natur Bims Mauerwerk gibt es entsprechend gedämmte Außenmauerwerk Steine mit denen sie den U-Wert auch so hinkriegen so und das wäre dann auch mit ihr Job ja die Vordimensionierung dafür sind dann die Seiten da von Dämmstärken und Bauteilen ihres Projekthauses durchzuführen das können sie auf den Blättern hier machen sie können aber auch direkt mit ihrem Bericht anfangen da sprechen wir dann freitags noch drüber wie das gemacht wird ich mache das dann auch im Nachgang noch so was ich jetzt noch Temperaturverlauf da kommen wir auch später zu den brauchen wir noch nicht was ich jetzt gerne mit ihnen machen würde ist nochmal den die Verbindung herstellen zur Baukonstruktion gibt es eine Frage jetzt würde ich sie mal wieder stumm schalten so ich würde jetzt gerne die Verbindung nochmal zur Baukonstruktion herstellen und mal gucken wo sind denn überall homogene Bauteile und jetzt gucken wir uns erstmal so einen Überblick an rechts sehen sie so eine vereinfachte Darstellung eines Häuschens wir haben natürlich Bodenplatten sie haben vielleicht ein Kellergeschoss und die unterste Schicht ist die Bodenplatte ihres Hauses wir gucken uns an wie könnte die konstruiert aufgebaut sein dann gucken wir uns an Bodenplatten eines nicht unterkellerten Bereichs ihres Hauses oder wenn ihr ganzes Haus nicht unterkellert ist also auch Bodenplatte auf Erdreich aber vielleicht mit einem etwas anderen Aufbau sprechen wir auch darüber warum sieht der Aufbau ein bisschen anders aus als die Bodenplatte von eben dann gucken wir uns an naja natürlich Keller Außen Wände sehen jetzt links auch schon mal so eine vereinfachte Darstellung und Sie sehen da so einen roten Strich später noch zu wie sieht so eine Keller Außenwand aus so dann natürlich unsere Außenwände so wie wir sie gerade hatten also die Möglichkeit die homogen zu machen also ohne zusätzliche Wärmedämmschicht oder mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht und einem sehr dünnen Putz das sind diese Wärmedämmverbundsysteme die wir schon mal hatten oder mit einer separaten Mauerwerks Schicht auf der Außenseite also links angefangen Innen Mauerwerk also Innenputz tragen das Mauerwerk Wärmedämmung noch ein kleiner Luftspalt vielleicht und eine Vorsatzschale oder was können wir noch machen ach wir können natürlich die Vorsatzschale können wir jetzt aus Mauerwerk machen die können wir aber auch aus Holz machen also da gibt es verschiedene Varianten so dann könnte es sein dass ihr Haus ein Flachdach hat oder eine Terrasse oder ein Balkon oder sowas und darunter ist ein beheizter Raum gucken wir uns an wie könnte so ein Aufbau aussehen falls sie ihren Keller nicht beheizen möchten das kann ja auch sein wir hatten über die Nutzungswünsche gesprochen ganz am Anfang wenn sie jetzt als Bauherr sagen Keller ich habe zwar einen Keller da soll ein bisschen Gebäudetechnik rein meine alkoholischen Getränke Wein Bier oder auch alkoholfreien Getränke Dosen Konserven also nichts was irgendwie Wärme braucht dann macht es keinen Sinn den Keller zu beheizen dann wird er unbeheizt dann muss ich aber auch die Wärmedämmschicht zwischen unbeheiztem Keller und beheiztem Wohnraum entsprechend ausbilden das heißt so könnte eine Geschossdecke die Decke über Keller Geschoss aussehen wenn der Keller nicht beheizt ist was haben wir noch das gleiche gibt es nach oben auch also es könnte sein dass sie entweder ein Flachdach haben also ein flach geneigtes Dach oder sie haben so einen Spitzboden der wird dann wahrscheinlich nicht aus Stahlbeton sein sondern aus Holzkonstruktion wir sind aber ja hier jetzt bei den homogenen Bauteilen das heißt dieser Spitzboden wenn das Dach aus Holz ist kommt dann bei den homogenen Bauteilen nicht hier könnte dann so sein eine Decke zwischen beheizt und unbeheizt oder ein Flachdach da brauchen wir dann noch verschiedene kleinere Korrekturwerte aber das sind im Prinzip alle Möglichkeiten der homogenen Bauteile die es so gibt so da war das Erste und wie die aufgebaut sein können da gucken wir jetzt mal in das Bau Konstruktions Skript rein und zwar da in das Kapitel 5 nämlich die Bauweisen die Bauarten also was gibt es denn so alles am Markt und wir haben ja am Anfang gesehen wir möchten nichts Neues erfinden sondern wir greifen auf erfahrene erprobte Bauweisen zurück was gibt es da so wir gucken uns an wir gucken uns das an und da gibt es jetzt im ersten Semester alles was mit der Gebäudehülle zu tun hat das was wir eben gesehen haben also wir sprechen über die äußeren Hüllen über Dächer und erdberührte Bauteile alles was im Inneren ist Innenwände Geschossdecken und so weiter alles das hat ja keinen Einfluss auf Wärmeschutz sondern auf Schallschutz und das ist dann im zweiten Semester dass wir sprechen erstmal über den Mantel ihres Hauses so so sieht der Überblick aus also Überblick heißt Überblick bewahren und man kann jetzt verschiedene grundsätzliche Konstruktionsweisen voneinander unterscheiden wenn wir uns mal links oben den Bereich jetzt hier als erstes anschauen dann kann ich die Außenwand einschalig machen das wären die oberen Abbildungen ich kann sie aber auch zweischalig machen das wären die unteren linken also ich kann sie mit einer einfachen tragenden Wand versehen vielleicht mit zusätzlicher Dämmschicht oder einem Aufbau das wäre dann rechts oben oder ich baue sie zweischalig auf also das sind so grundsätzliche Möglichkeiten der Außenwände das gleiche gibt es auch bei den Flachdächern das sind die linken links unten jetzt in der Darstellung die Abbildung entweder einfache einschalige flache Dächer oder mit einem zusätzlichen Aufbau das wäre zum Beispiel die Stahlbetondecke mit einer Wärmedämmung oben drauf Ich kann aber das Ganze als Holzkonstruktion auch errichten dann spricht man von so einer sogenannten Rippenbauweise also Sie können auch ein Holzhaus bauen kein Problem dann muss ich es anders berechnen das wäre ein inhomogenes Bauteil auch kein Problem sprechen wir auch noch drüber und dann habe ich sogenannte Rippenbauweisen das gibt es in der Außenwand das gibt es im Bereich der Flachdächer das gibt es im Bereich der geneigten Dächer habe ich überall diese Rippenbauweise also ein Holzbalken und dazwischen ist Dämmung dann noch ein paar Schichten außen und innen so was gibt es noch wir haben gut hier nochmal die Anschlüsse der geneigten Dächer natürlich müssen wir auch über Fenster sprechen das ist klar das kommt aber später und wir werden natürlich auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken und uns zum Beispiel Trennwände anschauen wie hier wenn sie zum Beispiel ein Doppelhaus haben die Trennwand zwischen Haus links und Haus rechts als Beispiel auch das gibt es einschalig oder in Rippenbauweise also wenn man das mal systematisiert und Schubladen aufbaut ist das alles was es gibt mehr gibt es nicht jetzt greife ich quasi immer in eine Schublade rein und gucke mir konkrete Bauweisen an zum Beispiel von den Außenwänden was gibt es denn an Außenwand Konstruktionen Aufbauprinzipien sehen Sie oben und unten dann Beispiele dazu ich kann also wenn ich ganz links jetzt anfange und mit den einschaligen Bauweisen anfange ich kann die aus Mauerwerk herstellen ganz links wäre das zum Beispiel aus Ziegel oder aus Porenbeton das ist die mittlere Abbildung ich kann sie aber aus Bims Mauerwerk oder aus Porenbeton machen ich kann sie auch einschalig monolithisch aus Holz machen Sie kennen vielleicht Holz Blockhäuser da gibt es dann die Baumstämme übereinander ich kann das aber auch gerade abschneiden dann habe ich eine Brettstapel Konstruktion eher unüblich aber auch nicht weiter aufregend zu berechnen ich kann dann eine separate Dämmschicht davor packen das sind die mittleren drei Abbildungen oder ich hänge von außen nochmal ein Sichtmauerwerk davor das wären die rechten beiden Abbildungen diese drei grundsätzlich verschiedenen Konstruktionsprinzipien gibt es erstmal für Außenwände im Bereich der homogenen Bauteile das gibt es dann noch mit Luftschicht natürlich klar so und dazu passend dann entsprechend auch Dach Anschlüsse über die Anschlüsse sprechen wir später noch so wie sieht zum Beispiel so ein Aufbau aus das heißt sie finden jetzt immer auf einer Seite auf einer Doppelseite finden sie den Aufbau zum Beispiel so einer Standard Ziegelwand in so einer isometrischen Darstellung und wir haben verschiedene Detailpunkte hier die uns später auch helfen sollen die Details zu dimensionieren wir sprechen über Wärmebrücken später und dann müssen wir wissen wie sieht so ein Detail aus das sprechen wir jetzt durch nun mal als Übersicht jetzt hier das ist die Ziegelbauweise hier geht das dann weiter mit dem Porenbeton und den entsprechenden Details dazu und dann kommt das Wärmedämmverbundsystem das heißt auf einer Seite ganz kompakt haben wir als Beispiel jetzt hier diese Standard Ziegelwand jetzt erinnern wir uns nochmal welche Funktionen brauche ich denn welche Funktionen habe ich denn bei einer Außenwand es darf nicht rein regnen Stichwort dazu wäre Feuchteschutz kommt als übernächstes Kapitel ich habe die wärmedämmende Eigenschaft und die wird erreicht durch den Stein das heißt ich muss dafür sorgen dass der Stein gut wärmedämmt und wie macht der Stein das indem er möglichst viel Luft enthält Sie sehen das dunkle Material das ist tatsächlich Ziegel Material wenn wir an der Hochschule wären dann könnte ich auch so einen Stein mal rum gehen lassen und dazwischen sind Kammern Löcher die sind entweder mit Luft gefüllt wenn man so will oder mit einem Dämmstoff Sie sehen hier mit Dämmstoff Füllung dann bestehen diese Hohlräume diese hellgrauen Bereiche in dem rechten Aufbau da steckt dann zum Beispiel Mineralwolle drin als Wärmedämmung das heißt ich habe die Dämmung integriert im Stein und dadurch erreiche ich eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit und einen besseren U-Wert Das hier ist jetzt ein Horizontalschnitt das ist also keine Decke die da von links einbindet sondern das ist eine Trennwand die hier einbindet und hier habe ich die Außenwand und wir werden sehen dass der linke Aufbau in dem jetzt diese Trennwand durchgeht bis zur Außenseite wärmetechnisch gesehen sehr ungünstig ist nämlich nichts anderes als eine Wärmebrücke das heißt die Wärme geht hier rein und da wunderbar nach außen ist schlecht energetisch schlecht kann aber sein dass es aus statischen Gründen erforderlich ist oder weil der Schallschutz hoch sein soll in dem jetzt in dem Beispiel wenn man so will jetzt hier auf der rechten Seite oder hier auf der linken Seite wenn ich jetzt mich um 90 Grad drehen würde dass ich da viel Schallschutz brauche weil es vielleicht zwei verschiedene Wohnungen sind im Mehrfamilienhaus dann muss die Wand schwer sein Sie sehen dass die Wand jetzt hier mit Beton gefüllt ist das erkennen Sie an der Schraffur das hier ist Stahlbeton in diesen Füllungen diese Schraffur Strich Gestrichelt Strich Gestrichelt das steht für Stahlbeton das ist also eine sehr massive Trennwand die brauche ich aus Schallschutz energetisch besser ist die rechte Darstellung dass nämlich die Trennwand gar nicht bis zur Außenseite durchläuft sondern auf der Außenseite nach wie vor mein energetisch guter Ziegel noch davor sitzt ist energetisch gesehen besser als die linke Darstellung man muss es dann abstimmen mit dem mit dem Tragwerksplaner mit der Tragwerksplanerin was geht da wie sieht das Detail aus Sie als Bauphysiker bestimmen erstmal die Wärmeleitfähigkeit und welchen Stein Sie bräuchten und so müsste das dann konstruiert werden dann habe ich den Wärmeschutz schon mal betrachtet über das Material des Steins jetzt funktioniert das so noch nicht was mir noch fehlt so sehen jetzt noch andere Anschlüsse aus in Stumpfstoß Technik die werden dann schallschutz mäßig immer schlechter wenn es also eine Trennwand ist in ihrem eigenen Haus dann macht man das in Stumpfstoß Technik dann legt man diese Laschen diese Metall Laschen diese Maueranker hier das hier ist so ein Maueranker legt man in die Fugen ein mauert erstmal die Außenwand hoch klappt man diese Anker wieder nach außen oder nach innen in dem Fall und dann kann man die Innenwand dagegen mauern man muss die also nicht verzahnen hier oben muss ich jetzt von der Bauweise her ist ja viel umständlicher herzustellen dann muss ich das ja die Innenwand und Außenwand gleichzeitig herstellen hier kann ich erstmal die Außenwand hochziehen lasse die Laschen raus gucken und kann dann die Innenwand nachziehen vom Ablauf schlechterer Schallschutz ja also alles hat so seinen Preis bauphysikalisch vom Wärmeschutz her reicht das aber ich brauche jetzt natürlich noch Thema Feuchteschutz noch sprechen was der so können muss ist quasi der Regenmantel meines Hauses und der muss natürlich an allen Detailpunkten irgendwie geschlossen sein es hilft nichts wenn sie einen wasserdichten Regenmantel anhaben und sie lassen vorne den Reißverschluss offen bringt nichts ja regnet es halt vorne rein das heißt genauso muss meine regendichte Schicht auch an jeder Stelle geschlossen sein wenn also mein Außenputz mein Regenmantel ist dann muss der Regenmantel übergehen in mein Fenster die Scheibe ich brauche hier eine Dichtung der Anschluss hier unten ist besonders empfindlich und dann habe ich wieder den Außenputz von außen und dieses Prinzip was ich Ihnen jetzt gezeigt habe für den Außenputz das gilt für alle Funktionen Ihres Hauses genauso für die wärmedämmende Funktion wenn ich jetzt sage okay mein Mauerwerk hier ist jetzt die wärmedämmende Funktion dann muss die hier weiter laufen dann sehen wir hier eine wärmedämmung da läuft die wärmedämmung weiter hier wird es kritisch habe ich hier Wärmedämmung mein Rahmen muss wärmedämmend sein meine Verglasung muss wärmedämmend sein hier wird es wieder kritisch hier unten habe ich eine wärmedämmung und hier habe ich wieder mein Mauerwerk das heißt kritische Punkte sind diese stellen hier die wo uns nochmal angucken müssen wenn es um Fenster geht um Stürze das hier oben ist ein Sturz das hier ist ein Sturz mit TZ oder Z ich weiß es nicht Physiker kein Germanist mit Z glaube ich ja genau unten steht es ja also Sturz wenn man Wort zu oft liest oder sagt dann wird es irgendwie komisch also ein Fenster Sturz ein Unter zu könnte man auch sagen manchmal ist noch ein Rollladenkasten mit drin das heißt das ist auch ein Punkt den wir uns angucken also auch die wärmedämmende Schicht muss ich damit die funktioniert mit einer mit einem Stift ohne abzusetzen einmal um mein Haus ziehen können im Grundriss im Schnitt dann funktioniert das und genauso letzten Endes auch meine luftdichte Ebene von innen über die werden wir noch sprechen das oder auch die Stahlbetondecke die ist luftdicht hier ist es wieder der Innenputz dann Fenster Anschluss Glasscheibe natürlich luftdicht wieder hier unten lang und da sehen wir dann auch direkt die kritischen Punkte ich muss zum Beispiel den Innenputz bis zur Rohdecke führen ich darf den nicht oberhalb aufhören den Innenputz ich muss den Anschluss hier luftdicht hinkriegen an mein Fenster mein Fenster muss natürlich in sich luftdicht sein also genug Falzdichtungen haben der Anschluss hier unten muss luftdicht sein also wir haben überall da wo ich Wechsel habe in der Konstruktion Stellen die sind genormt die sind standardisiert also nichts Neues zu erfinden aber man muss sie so ausführen das heißt das ist ein ganz wichtiger Punkt dann auch einerseits für die Planung andererseits aber vor allem für die Bauleitung das heißt wenn sie später in die Bauleitung gehen möchten sind das genau die Punkte wo man hingucken muss ist der Innenputz wirklich hier oben bis zur Rohdecke runtergeführt oder hat da einer 5 cm oberhalb der Stahlbetondecke einfach aufgehört wenn das so wäre dann könnte nämlich die Luft hier in mein gelochtes Mauerwerk da waren ja ganz viele Luftlöcher drin in dem Mauerwerk nach außen wandern die Luft kühlt sich ab und kondensiert das ist das Problem was dann da entsteht wenn ich nicht luftdicht baue also ich muss dann wenn ich konstruiere auf erfahrene Bauweisen zurückgreifen und da sind diese Detailpunkte gelöst und bei so einem monolithischen Mauerwerk das sieht jetzt eigentlich auch überall gleich aus gibt es eben die Fenster Anschlüsse es gibt den Geschossdecken Anschluss hier links oben dargestellt also hier ist die Decke die Stahlbetondecke die darf nicht bis außen hingehen da hätte ich wieder eine Wärmebrücke Stichwort wo ist hier meine wärmedämmende Schicht läuft hier schön durch wunderbar funktioniert toll oder wie ist der Übergang zum Keller wir sehen jetzt hier unten das ist mein Keller Geschoss KG wir haben hier auf der Außenseite dann Erdreich mit so einem Spritzschutz mit so einem Kiesbett außenrum ums Haus dargestellt das heißt hier regnet's und spritzt da hoch ja spritzt wieder hoch ans Haus zurück das heißt wenn sie sich mal umgucken und es regnet sehen sie dass der Sockelbereich von Häusern immer auch mit nass wird muss ich schützen muss ich abdichten deswegen ist diese gestrichelte Linie da das ist eine Abdichtung wir werden im Thema Feuchteschutz werden wir dann drüber sprechen wie hoch muss ich die führen Sie sehen hier schon mal eine Angabe ich muss das entsprechend befestigen damit mein Außenputz den ich ja auch brauche drüber geführt wird ohne dass der reißt ohne dass der sich ablöst im Erdreich habe ich wieder eine andere Anforderung das heißt da sehen wir dann auch sowas wie so einen mechanischen Schutz hier diese gepunktete Linie außen davor das heißt ein Schutz meiner Abdichtungsbahn im Kellergeschoss damit kein Stein durchdrückt oder sowas oder wenn eine Balkonplatte durchläuft wir haben weiß ich nicht hier erstes OG zum Beispiel wir haben hier Erdgeschoss erstes Obergeschoss OG wir haben innen wir haben hier einen Balkon vielleicht auf der Außenseite das heißt da ist es kalt auch hier müssen müssen alle Funktionen durchlaufen es darf keine Lücke geben ich brauche also wenn ich jetzt hier die wärmedämmende Ebene habe meines Mauerwerks wie geht das weiter auch da brauche ich dann wieder eine wärmedämmende Schicht an der Stelle dann läuft die Wärmedämmung durch es ist immer noch eine Wärmebrücke aber eine die nicht mehr kritisch wird wenn ich jetzt wie das früher gemacht wurde in den 70er 80er Jahren einfach die Stahlbetondecke da durchziehen würde monolithisch dann hätte ich eine Kühlrippe gebaut dann wird meine Betonplatte schön warm von außen aber die Ecke hier die würde problematisch die würde sehr kalt werden und da würde es dann vielleicht zu Schimmelpilzen kommen weil ich das Grundprinzip verletzt habe der Durchgängigkeit der einzelnen Funktionen es ist immer die gleiche Logik die Funktionsebenen deswegen im Balkonbereich diese thermischen Trennelemente wenn sie Bauzeichner sind oder wenn sie eine Lehre gemacht haben dann kennen sie diese Elemente diese ISO-Körbe von Schöck Schöck ist eine Firma es gibt Halfen es gibt mehr also es gibt einige Elemente die die müssen ja zwei Sachen lösen die eigentlich unvereinbar sind eigentlich brauche ich ein Material was gut wärmedämmt das ist sehr leicht hat sehr viel Luft und der Balkon muss natürlich auch am Haus halten er soll ja nicht weg klappen das heißt ich brauche gleichzeitig noch die statische Funktion wie ist das statische System wie ist das statische System wie ist das eigentlich soll es ja eine durchlaufende Platte sein ja das wäre ja mein Wunsch aber eigentlich ist mein statisches System das meine Balkon Platte ist die hier eingespannt ist das ist ein Kragarm nennt man das Ding also ein auskragender Arm Kragarm das heißt das Ding will nach unten ja ich habe also hier ein entsprechendes Moment Drehmoment auch da werden sie denke ich in der Statik schon mal was von gehört haben dass es ein Moment gibt ein Moment Drehmoment kann ich auflösen in Zug und Druck ja ein Kräftepaar mit einem Hebelarm und gleichzeitig habe ich an dem Auflager sicherlich auch eine Querkraft Q jetzt nicht verwechseln das Q soll jetzt für Querkraft stehen nehmen wir V als Querkraft und die beiden Kräfte muss ich übertragen können im Bereich dieses Trennelementes das heißt das Ding ist auch entsprechend konstruiert ich habe hier oben ja brauche ich ne andersrum Entschuldigung brauche ich eine Zugkraft ja da brauche ich also Bewährungsstahl was die Zugkraft übertragen kann hier unten habe ich auch wieder Bewährung für die Druckkraft das ist mein Kräftepaar was mein Moment abdeckt Zug und Druck mit einem Hebelarm und die Druckkraft wird übertragen durch diesen durch diesen dicken Stahl mit einem Stempel vorne drauf dass ich halt auch eine Kraft Einleitung habe die muss ja von der Stahlbeton Platte in den Stab reinkommen das heißt ich habe dafür diese diese Kopf Platte hier dass da die Druckkraft reingehen kann die wird dann über den Stahl übertragen und und wie kann ich jetzt meine Querkraft übertragen naja durch diesen Bügel hier durch diesen Diagonalbügel Stahl kann ja Zugkräfte aufnehmen das heißt da hängt sich meine Querkraft rein und wird nach innen geführt das heißt ich kann das Element ist so konstruiert dass die statischen Kräfte auf die es ankommt problemlos übertragen werden können das Moment das Drehmoment und die Querkraft wenn sie dann im Datenblatt der Schöck Iso Körbe und so weiter nachgucken dann sehen sie welches Moment maximal aufnehmbar ist sie können natürlich keine Balkonplatte da dran hängen die zehn Meter lang ist also das Moment das Drehmoment ist begrenzt und die Querkraft ist begrenzt weil ich ja eine Kraftübertragung ausschließlich über diese Stahlbauteile habe ich will davon ja so wenig wie möglich haben weil das ja alles gute Wärmeleiter sind Metalle sind ja sehr gute Wärmeleiter ist ja ein Problem für mich bauphysikalisch deswegen ist das immer begrenzt als Grenz Querkraft oder Bemessungs Querkraft und Bemessungs Drehmoment Biegemoment dann gibt es noch Schöck Iso Körbe was passiert wenn der Wind unter die Balkonplatte drunter fegt dann kann die vielleicht auch einen Moment haben was in die andere Richtung wirkt ja das heißt da gibt es dann auch wiederum entsprechend konstruierte Elemente die vielleicht dann diese Stempel auf beiden Seiten haben das heißt die können Drehmomente in beide Achsen aufnehmen also das ist dann Job der Tragwerksplanung und für Sie als Bauphysiker heißt es nur da muss so eine thermische Trennung hin wie die statisch funktioniert ist nicht Ihr Job Sie sagen nur ich brauche da dieses Ding kann ich also lösen diesen Detailpunkt Fensteranschlüsse seitlich das wäre jetzt ein seitlicher Fensteranschluss links Durchgängigkeit der Funktionen wieder wie sieht der Übergangsbereich zu einem Dach aus das ist jetzt ein Vertikalschnitt ich habe unten wieder das Mauerwerk ich habe eine Stahlbetondecke die ich erkenne mit einer kleinen Aufkantung als Widerlager als Auflager für meine Dachkonstruktion so wie das aussieht ist es ein Sparrendach da kommen wir noch zu also Detailpunkte Standard Detailpunkte oder auch hier das wäre jetzt auch ein seitlicher Abschluss ich habe meine Außenwand und ein Flachdach zum Beispiel mit einer davor gesetzten Attika die auch wieder thermisch getrennt ist wenn ich also zum Beispiel eine Attika haben möchte das hier wäre jetzt meine Attika Mini Attika aus Sichtbeton also ich sehe dass es Stahlbeton ist da ist dann mein Geländer dran befestigt dann muss ich das auch wieder thermisch trennen eine andere Variante wäre ich kann natürlich auch hingehen und die Wärmedämmung quasi einmal außenrum führen und das Ding einpacken kann ich auch machen dann geht die Wärmedämmschicht auch umlaufend da gibt es also dann im Zweifel noch verschiedene Details oder wenn jetzt meine Dachkonstruktion im Vergleich jetzt zum oberen Schaubild etwas höher erst anfängt also nicht direkt unmittelbar über der obersten Geschossdecke sondern etwas höher erst dann habe ich da auch wieder ein statisches Thema das hier ist jetzt ein Pfettendach das heißt das hier ist die Pfette ein Holzbalken als Auflagerbalken für meine Holzkonstruktion naja ist ein Auflager also statisches System wäre hier hätte ich ein Auflager es ist sicherlich ein Gelenk und dann geht meine Dachkonstruktion weiter wenn Sie sich erinnern wir hatten in Baukonstruktion in dem ersten Teil über diese Stabwerke diese Grundprinzipien gesprochen das sind die gebogenen da gab es die auch mal in gerade das wäre das im Prinzip das hier das wird sich gleich noch scharf stellen wäre so Dachkonstruktion aus statischer Sicht und jetzt will ich wissen wie kriege ich denn dieses rechte Auflager hin wie konstruiere ich das könnte ich so konstruieren das heißt hier kommen Auflagerkräfte an Vertikal Auflagerkraft Horizontale Auflagerkraft Mauerwerk kann super Vertikalkräfte aufnehmen funktioniert wunderbar als Scheibe aber mit den Horizontalkräften das ist so eine Sache Wind ist kein Problem aber diese Horizontalkraft hier die funktioniert nicht das funktioniert mit Mauerwerk nicht das heißt da brauche ich ein anderes Element da brauche ich so was wie einen Ring Balken das hier ist das statische Element das ist der sogenannte Ring Balken Stahlbeton Stahlbeton kann Biegung aufnehmen beziehungsweise der Bewährungsstab kann Biegung aufnehmen das heißt wenn ich das Ganze jetzt mal räumlich mir vorstelle dann habe ich hier diese ganzen Sparren die liegen hier unten auf einer Fette auf das wäre sagen wir mal das wäre hier diese Pfette so räumlich jetzt ganz vereinfacht ganz vereinfacht dargestellt das hier sind alles diese diese Holz sparen so und darunter mache ich dann den Ring Balken der Ring Balken muss also an jeder Stelle hier kriegt der Horizontalkräfte der muss die irgendwo wieder abgeben und das Ding heißt Ring Balken weil ich das Ganze Entschuldigung andere Farbe weil ich das Ganze als Ring ausbilden kann einmal um mein Haus drumherum weil auf der anderen Seite ja auch wieder die Sparren da anlaufen können sich das so grob vorstellen und dann habe ich das statische System kurz geschlossen ja dann habe ich hier durch den Ring Balken quasi die Horizontalkräfte gekoppelt miteinander als Ring und dann tut es nicht mehr weh ich muss aber Zugkräfte übertragen können deswegen brauche ich da mehr als Mauerwerk ich brauche Stahlbeton und den Stahl in diesem Stahlbeton kann ich berechnen über die Biegung hier entsteht ja etwas Biegung wenn ich eine Verformungsfigur zeichnen würde dann würde die vielleicht so aussehen extrem wird sich der Ringbalken nach außen biegen wollen das heißt ich habe hier wieder Zugkraft ich habe hier wieder eine Druckkraft ich habe einen inneren Hebelarm wenn ich jetzt hier hingucke ich habe hier die Bewährung drin die hat einen Abstand A ist mein Hebelarm fertig ja ich habe die Horizontalkräfte ich habe hier als System habe ich einen Balken auf zwei Stützen ja ich habe die Horizontalkräfte die werden zu so einer Momentenlinie führen ich habe das größte Biegemoment an der Stelle in der Mitte dieses Balkens geteilt durch Hebelarm habe ich die Zugkraft und die Druckkraft Druck ist kein Problem für Stahlbeton in der Regel Zugkraft muss komplett in den Bewährungsstahl übergehen ich kann dann irgendwann kenne ich dann die zulässige Zugspannung meines Bewährungsstahls also wie viel Newton pro Quadrat Millimeter ist da aufnehmbar ich kenne die Kraft dann bleibt eine Fläche übrig und so kann ich mir ausrechnen wie viel Quadrat Zentimeter Bewährungsstahl muss in diesen Ringbalken rein rein also alles ganz simpel eigentlich man muss nur sie brauchen natürlich jetzt immer mehr Überblick und wie man es angeht wenn das Wissen mal komplett ist dann ist es relativ einfach auch das zusammen zu fassen Herr Morbe ich weiß nicht wie lange Sie sich schon melden ich sehe es aber jetzt erst ich hätte nur kurze Frage ist der Ringbalken gleich Ringanker oder gibt es einen Unterschied so brauchen wir gerade was zu trinken Moment Ringanker und Ringbalken ist eigentlich das gleiche alles klar gut in dem Fall hier funktioniert es anders da kann ich diesen Überzug das hier ist ja eigentlich alles aus Stahlbeton hier werde ich insgesamt bewähren ich habe aber ein anderes Dachsystem das heißt hier kommt eine Diagonalkraft an das wäre in dem Fall hier habe ich dann hier eine Auflagerkraft eine Diagonale Auflagerkraft ein anderes System ein anderes Dach System So und diese Diagonale Kraft die kann ich natürlich auch wieder zerlegen in eine Horizontalkomponente und eine Vertikalkomponente das heißt an der Stelle habe ich wieder eine Horizontalkomponente die hier ja das heißt ich habe wieder hier eine Biegung die entstehen will wenn ich das jetzt mal übertreibe und ich sage ich habe jetzt hier eigentlich mein statisches System sieht so aus ist eigentlich so wie so ein kleiner Haken dran hier oben ich ziehe das mal raus ich habe eigentlich so ein statisches System hier unten ist ja direkt wieder das Auflager ist ja mein Mauerwerk da das heißt ich habe hier nur die oh man warum verschiebt sich das ich habe hier eigentlich nur diese Horizontalkomponente und dann wieder hier meinen Hebelarm über diese Höhe hier gerechnet ist das dann mein Hebelarm habe ich wieder einen Moment führt dazu dass ich hier oben Zug kriege in der Oberseite weil das ganze System will sich ja dann so verformen ja übertrieben gesagt ja und da wo es länger wird wo die Faser eigentlich müsste ich das hier so zeichnen sehr übertrieben gezeichnet also überall wo die Faser gezogen wird habe ich Zugkraft in meinem System da muss Bewährung rein ja nur um mal anzudeuten was alles noch auf sie zukommt und wie das alles zusammenhängt so das heißt ich habe ich weiß dass ich Zug habe auf der Seite hier und ich weiß dass ich den Zug übergeben möchte in die Bewährungslage die da liegt wenn ich jetzt einen Bewährungsstab als Winkel mir biegen würde der so aussieht könnte ich ja machen dann liegt der Stahl da wo Zug ist dann zieht er da und zieht da auch und wenn sie sich jetzt vorstellen da ziehen sie an beiden Ecken dann will eigentlich die Ecke hier nach da weg springen und dann wird es reißen weil da keine Betondeckung mehr ist sondern der Bügel muss anders aussehen der Bügel wird dann so aussehen dass sie den die entsprechende den entsprechenden bügel und sie brauchen dann natürlich auch einen gewissen Weg bis die Kraft aus dem Beton in den Stahl überführt werden kann und das reicht dann hier oben vielleicht nicht deswegen wird man vielleicht hier oben noch so eine Ecke dran bauen dann habe ich eine längere Kraft Einleitung und man wird es dann vielleicht auch als kompletten Bügel schon herstellen so gebogen und kann den dann so relativ einfach auch da einbauen dann wird man noch aus konstruktiven Gründen auf der Außenseite einen Bügel einlegen zusätzlich und hat dann eigentlich die Ecke ganz gut eingepackt und damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert packt man hier in die Ecken dann auch noch Eisen rein weil irgendwo muss ich es auch festbinden auf der Baustelle man wird hier oben vielleicht auch drei Eisen rein packen je nachdem wie hoch das ist kommen dann hier auch noch Bewährungsstelle rein hier unten vielleicht auch noch wenn ich es übertreiben will ein bisschen und so entsteht der Bewährungsplan also wo liegt der Stahl wie sind die verschiedenen Biegeformen ein Bügel ist ja vielleicht so vielleicht teile ich das auch auf dass ich sage okay ich mache vielleicht einen Bügel so dann lege ich da noch einen anderen Bügel rein weil es vielleicht einfacher zu montieren ist ja der hat dann eine Übergreifung hier hinten in der Ecke ja dass ich zwei verschiedene Bewährungselemente habe um so ein bisschen auch auf die Bautoleranzen reagieren zu können vielleicht will ich das hier aber auch nicht als geschlossenen Bügel ausführen weil das vielleicht ein bisschen schwieriger herzustellen ist sondern sage okay ich mache vielleicht so einen Deckenrandbügel dann lasse ich hier einen zweiten Bügel raus gucken dann kann ich erstmal die Decke betonieren gucken die Eisen so aus der Decke raus und dann setze ich von oben noch noch einen Bügel oben drauf in einem zweiten Schritt wenn ich diese Attica Aufkantung betoniere in einem zweiten Schritt dann sehen die Bügel vielleicht so aus das heißt aus dem Bewährungsplan den Überlegungen der Tragwerksplanung entsteht dann die Konstruktion auch im Hinblick darauf wie ist der Bauablauf an der Stelle kann ich das alles in einem Stück betonieren wie gehe ich mit Bautoleranzen um sogenannte Passeisen wird man vermeiden also die ich wirklich nur in der exakten Länge einbauen kann und so einen Bügel wie jetzt hier rechts dargestellt den grünen kann ich ein Stück nach oben unten ziehen wenn die Toleranzen nicht ganz genau passen ich kann ihn kürzen sogar wenn ich jetzt einen Bügel bauen würde der exakt so aussieht dann muss auch alles passen da wird sich die Baustelle beschweren wenn sie mit so einem Bügel ankommen nicht gut einzubauen linke System ich habe drei verschiedene Bewährungs Formen oder Eisen Formen da kann ich eigentlich in alle Richtungen so ein bisschen schieben ich kann das gut nacheinander aufbauen irgendwie muss ja auch noch das ganze integriert werden hier diese längs laufenden Randeisen sozusagen die da auch noch rein müssen das ist dann die Abstimmung mit der Baustelle oder im Hinblick auf die Baustelle das gute Konstruieren eines Bewährungsplans so das schon mal so ein bisschen als Ausblick dass sie wissen dass das was sie in Statik machen jetzt nicht irgendwie nur Zahlenspielerei ist das will ich gar nicht abwerten sondern dass das letzten Endes dem Zweck dient dieses Stahlbeton Bauteil in dem Beispiel zu konstruieren und ich auch so was wieder zerlegen kann wie so ein Ringbalken in ganz einfaches statisches System Balken auf zwei Stützen also wo waren wir stehen geblieben wir waren bei dieser monolithischen Bauweise die gibt es in Ziegel gleiche gibt es in entsprechend dampfgehärteten Porenbeton die Details sehen sehr ähnlich aus wenn Sie sich das anschauen oder dann entsprechend auch na das ist schon Wärmedämm Verbund System das heißt man muss jetzt so ein bisschen wir müssen so ein bisschen hin und her blättern wenn wir jetzt hier nochmal auf die homogenen Bauteile gehen dann können Sie jetzt vordimensionieren Sie werden am Freitag das Rechnen üben dass Sie auch wirklich mal homogene Bauteile durch rechnen gehen wir gerade auf die entsprechende Stelle gucken wir uns nochmal die Außenwand an damit wir im gleichen Bauteil bleiben hier sind die Außenwände das heißt wir berechnen das dann und üblicherweise in Form einer solchen Tabelle die werden Sie in der Regel nicht so ausführlich finden wie hier in den Tabellenbüchern sondern Sie werden Teile der Tabelle immer finden und was wir jetzt erstmal machen ist das ausfüllen was hier rot hinterlegt ist das heißt wir gucken uns den Wärmeschutz an das heißt die Spalten 1 füllen wir aus wir füllen die Spalte 2 aus das ist die Dicke der entsprechenden Schicht wir füllen aus die Spalte 4 das ist die Wärmeleitfähigkeit und wir können uns dann berechnen den Wärmedurchlass Widerstand R das ist die Spalte 5 wenn ich die Spalte 5 addiere erhalte ich ganz unten mein RT mein Durchgangswiderstand der Kehrwert ist der U Wert das ist dann die letzte Zeile das kann ich dann vergleichen mit den Orientierungswerten U REF KFW und Passivhaus und da hatten wir ja schon gesagt 0,28 0,20 0,15 sind so die Orientierungswerte ja gewesen und dann kann man das schon mal vergleichen und sehen reicht das reicht das nicht das werden sie das können sie erstens sehr gut alleine üben wenn sie sich zum Beispiel das entsprechende Aufgabenbuch auch runterladen passend zum bin ich jetzt gelandet so passend zum Tabellenbuch finden sie auch eine PDF mit Aufgaben mit Rechenaufgaben und da finden sie nicht nur Aufgaben da finden sie jetzt hier zum Beispiel diese Aufgabe 5 da können sie ein bisschen die Dämmstärke schon mal berechnen sondern sie finden natürlich auch passend dazu sonst wäre es ja irgendwie witzlos nehmen wir die Aufgabe 5 finden sie natürlich auch die kompletten Lösungswege hier ist die Aufgabe 5 zwar in einer anderen Schreibweise ja nicht in Tabellen Schreibweise sondern so als Formel geschrieben aber sie können so bitte selber üben homogene Bauteile zu berechnen das werde ich Ihnen jetzt hier nicht für alle Varianten vorrechnen das machen Sie bitte im Eigenstudium zu Hause wenn Sie es nachbearbeiten das können Sie freitags im Tutorium machen wenn Fragen auftauchen können Sie gerne auch freitags dann Fragen stellen wie homogene Bauteile berechnet werden und ansonsten kriegen Sie das auch gut mit den entsprechenden Videos hin die wir Ihnen zur Verfügung stellen kleiner Ausblick bevor wir auch Pause machen wir haben jetzt ein bisschen länger gemacht als eigentlich aber bietet sich vom Thema an kleiner Ausblick wir werden dann später auch über Feuchteschutz sprechen das ist das was hier blau hinterlegt ist werden sehen dass wir in den seltensten Fällen eigentlich das Ding berechnen müssten sondern wir werden üblicherweise mit bekannten Konstruktionen rechnen die nachweisfrei sind deswegen sehen Sie da unten so ein Kontrollkästchen nachweisfreies Bauteil ja oder nein in allen Fällen die wir hier betrachten wird da eigentlich ja raus kommen wir gucken uns trotzdem kurz an wie man so was berechnen würde und dann werden wir später wenn Sie Ihr Projekt haben auch grün hinterlegt ist ja das ist nur zur Erläuterung PENRT heißt Primärenergie nicht erneuerbar das ist quasi die internationale Abkürzung dafür in Megajoule also wie viel Energie steckt in einem Baustoff darum geht es und GWP ist das Gesamt Wirkpotenzial reden wir später drüber nur dass Sie da schon mal sehen wir fassen das alles unter den Konstruktionen zusammen dass das nicht an verschiedenen Stellen steht in Ihrem Skript sondern das wird in alles in eine Tabelle später rein fließen und kann Ihnen dann auch als Basis dienen für Ihr Projekt soll Ihnen auch als Basis gerne dienen So einmal durchschnaufen haben Sie Fragen haben Sie eine Frage Herr Hernández Ja aber nicht dazu sondern über Padlet und so das Problem ich muss Physik wiederholen und so und das mit dem Portfolio Prüfung Okay würde ich vorschlagen das können wir gleich in der Pause klären Bleiben Sie gerade hier dran Gibt es Fragen zur Veranstaltung Ja nicht Okay dann würde ich sagen machen wir eine Pause 10 Minuten und dann sind wir wieder da und der Herr Hernández kann uns jetzt gerne Fragen an die restlichen wir sehen uns dann gleich